Hallo zusammen, für die, die es noch nicht kennen, die beiden auf dem Planeten, die es noch nicht mitgekriegt haben, es ist die ALS Eisbacke Challenge. Das ganze Ding ist für einen guten Zweck. Es gibt tausende Videos bis jetzt davon und ich habe auch überlegt, soll man es machen, soll man es nicht machen. Aber für einen guten Zweck gebe ich mir gerne mal einmal Eiswasser über die Rübe. Ich bin nominiert worden von DJ Bizarre. Danke nochmal dafür. Ja, ALS, wichtige Sache, ist eine nicht heilbare Nervenkrankheit. Das motorische Nervensystem ist angegriffen, führt in fast allen Fällen immer zum Tode innerhalb kürzerer Zeit. Ist eine gute Sache. Unten in der Infobox ist die Verlinkung zur Seite. Spendet, ist auf jeden Fall für einen guten Zweck. Und ich packe jetzt mal das Eis in den Eimer. Los geht's. Ich fordere raus. Ich nominiere den Goldfinger Reviews, den Maik von Maiks Film Reviews und den Andi von DVD Fanet. Alles klar, ich bin raus. Bis denn. Ciao. Ich bin raus.